Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Fat Tony Andorra. Andorra ist der Name eines kleinen Fürstentums zwischen Frankreich und Spanien mit ca. 80.000 Einwohnern. Nach mehreren Collaboprojekten und EPs kommt nun wieder ein Soloalbum des Münchners. Das Album kommt mit 13 Tracks und beinhaltet Features von Dirk von Loso, Casper und Jan Rösler. Andorra kommt über Urban und erscheint als CD und auch als Vinyl. Matrix Mufasa. Der Albumtitel ist angelehnt an den Disney Film König der Löwen. Mufasa ist der Name von Simbas Vater. Mufasa kommt mit 12 Tracks und beinhaltet keinerlei Features. Das Release kommt über Death of Major und erscheint als CD, als Bundle und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.